Hallo und willkommen zurück zu den LogicCircuit Tutorials. Heute möchte ich Ihnen einige Tipps und Tricks im Umgang mit LogicCircuit zeigen. Wir fangen an mit einem Thema, was wir bereits beim letzten Mal gesehen haben, nämlich dem Setzen von Verbindungspunkten auf Leitung. Schauen wir uns das an diesem Beispiel nochmal an. Ich möchte diese Prüfspitze namens X2 an die Leitung X2 von diesem Schalter ausgehend setzen. Wenn ich jetzt verdrahte von hier auf die anzutastende Leitung, dann entsteht an der Antaststelle zunächst kein Verbindungspunkt. Wenn ich hier die anzutastende Leitung aufteilen möchte, um einen Verbindungspunkt an genau dieser Stelle zu setzen, dann muss ich die Leitung markieren mit der Maus, linke Taste klicken und dann die Alt-Taste auf der Tastatur halten und an der Stelle, an der der Verbindungspunkt entstehen soll, einen Mausklick setzen. Alt plus Mausklick schafft diesen Verbindungspunkt. Damit sind die Prüfspitzen und die anzutastende Leitung miteinander verbunden. Nächster Punkt. Markierung von Eingängen mit Beschriftung. Wir sehen jetzt an diesem grafischen Element keine Beschriftung der Eingänge. Ich möchte jetzt aber, dass die Namen der Eingangssignale X1, X2, X3 an diesen Punkten erscheinen und der Name des Ausgangssignals Q hier am Ausgang auf diesem Schaltplan-Symbol erscheint. Wenn ich solche Markierungen setzen möchte, dann muss ich in das entsprechende Element eintauchen, Doppelklick und Beschriftungen an den Pins setzen. Das heißt, ich gehe jetzt auf jeden einzelnen Eingang, klicke doppelt drauf und jetzt erscheint hier der Pin-Properties-Dialog, in dem wir einen Eintrag namens Beschriftung finden. Diese Beschriftung verwende ich jetzt, um eine Beschriftung auf dem Symbol zu erzeugen. Diese Beschriftung darf maximal zwei Zeichen lang sein. Nur so viele werden später auf dem Symbol angezeigt. Ich nenne jetzt mal den Pin genauso, wie ich den Namen vergeben habe, X1. Dasselbe mache ich mit den anderen Pins. Beschriftung X2, Beschriftung X3 und am Ausgang setze ich die Beschriftung Q. Jetzt möchte ich zurück in die Hierarchie-Ebene oben drüber, um zu schauen, ob das auf meinem Symbol angekommen ist. Kleiner Tipp, wenn Sie in eine Hierarchie-Ebene abgetaucht sind und wieder nach oben zurück wollen, drücken Sie zum Zurückkommen zur letzten Schaltungseinstellung Control und Tab, also Control-Taste, Steuerungstaste plus Tabulator-Taste und Sie sind wieder dort zurück, von wo Sie gekommen sind. Jetzt sehen Sie hier in diesem Schaltplan die Pin-Bezeichnung X1, X2, X3 und Q, die wir eben auf der unteren Ebene angelegt haben und somit ist der Schaltplan etwas übersichtlicher. Sie wissen jetzt, wo Sie die Signale anschließen müssen an einem Bauelemente-Symbol. So, soweit haben wir die Schaltung jetzt verdrahtet für eine Simulation. Wir können die Simulation jetzt anwerfen und werden mal schauen, was passiert. Ich hatte Ihnen beim letzten Mal gezeigt, dass wir die Simulation anwerfen können durch Klicken auf den Button unten rechts. Dasselbe funktioniert aber, wenn Sie auf Schaltplan gehen und hier ein Ausschalten wählen bzw. die Control-W-Taste, Steuerung plus W-Taste drücken. Schalten wir mal ein und siehe an, jetzt möchte unsere Schaltung gar nicht simulieren. Wir sehen, dass ein Fehler aufgetreten ist. Es ist ein Fehler, den Sie beim Experimentieren mit Logic Circuit vermutlich häufig begegnen werden. Sie sehen hier die Fehlermeldung. Der Eingang X2 von gleich 1, Klammer auf, 18,9 ist mit mehr als einem Ausgang verbunden, welcher nicht Tri-State fähig ist. Ich weiß nicht, ob Sie aus dieser Fehlermeldung etwas schließen können. Was Tri-State-Ausgänge sind, werden wir irgendwann im Verlauf des Semesters in der Digitaltechnik-Vorlesung lernen. Aber zum heutigen Zeitpunkt werden Sie vermutlich noch nichts damit anfangen können. Ich helfe Ihnen jetzt mal, die Ursache für diesen Fehler zu finden. Grundsätzlich ist es so, wenn Sie diese Tri-State-Meldung bekommen, dann deutet die darauf hin, dass Sie die Ausgänge von zwei Logik-Gattern direkt miteinander verbunden haben. Diese zwei Logik-Gatter könnten grundsätzlich unterschiedliche Wahrheitswerte auf dieselbe Leitung tragen und das ist ein Zustand, der grundsätzlich nicht erlaubt ist, außer Sie verwenden diese Tri-State-Gatter, zu denen wir wesentlich später kommen werden. Also wir müssen mal suchen, wo wir jetzt die Ursache für dieses Problem finden und dazu fangen wir mal an mit einer strukturierten Interpretation von dieser Fehlermeldung. Also es gibt offensichtlich irgendwo einen Eingang X2. Wo dieser Eingang liegt in der Schaltung, ist leider aus dieser Fehlermeldung nicht ersichtlich. Der kann auf der obersten Ebene liegen, aber auch ganz tief irgendwo in den Hierarchien von Logic Circuit. Das können wir aus dieser Meldung leider nicht erkennen. Was uns einen Hinweis liefert, ist jetzt der Typ des Gatters, bei dem der Fehler aufgetreten ist. Hier steht gleich 1. Gleich 1 bedeutet, dass es sich offensichtlich um ein X-Order-Gatter handelt. X-Or, das ja mit gleich 1 beschriftet ist und die Angabe 18,9 dahinter, das bedeutet die Koordinatenangabe auf dem Schaltplan. Das heißt, es gibt irgendwo ein X-Or-Gatter an den Koordinaten 18,9 und diese Koordinatenangabe bezieht sich auf diese Punkte hier. 1, 2, 3, 4, 5 und oben oben. 1, 2, 3, 4, 5. Also wenn wir jetzt 18 Punkte abzählen würden in X-Richtung und 9 Punkte in Y-Richtung, dann müssten wir auf irgendeinen der hier verbauten Schaltpläne ein X-Or-Gatter finden, was offensichtlich eine falsche Verbindung aufweist. Wo haben wir denn X-Or-Gatter? Auf dieser Ebene nicht. Wir tauchen deswegen mal wieder ab in die nächste Ebene, Schaltnetz. So und da haben wir ein X-Or-Gatter hier. Wenn Sie dieses jetzt mal anklicken, schauen Sie mal ganz links unten in Ihr Projektfenster. Dort steht X-Or 18,9. Das heißt, dies ist genau das X-Or-Gatter, was dieselben Koordinatenangaben hat, die wir in der Fehlermeldung gesehen haben. Offensichtlich muss mit diesem X-Or-Gatter irgendetwas falsch sein. Aber wenn wir auf den Schaltplan schauen, dann fällt nicht auf, dass irgendetwas falsch verdrahtet wäre. Ich möchte Ihnen jetzt ein Phänomen zeigen, was leider gelegt nicht passiert in Logic Circuit und was man nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Ganz offensichtlich scheint doch etwas falsch zu sein, was vielleicht irgendwo hinter den Symbolen liegt, was wir also nicht direkt dem Schaltplan entnehmen können. In solchen Fällen ist es mal ganz gut, die entsprechenden Elemente, bei denen das Problem auftritt, aus dem Schaltplan wegzuschieben. Schieben wir das X-Or-Gatter mal weg, markieren mit einem linken Mausklick, verschieben. Jetzt haben wir nicht nur das Gatter weggeschoben, sondern die Verbindungen sind mitgezogen worden. Wenn Sie einen Gatter wegschieben wollen, ohne dass die Verbindungen mitgezogen sind, dann müssen Sie beim Verschieben die Shift-Taste bzw. die Umschalt-Taste mitdrücken, während Sie auf das Element klicken. Also nochmal zurück, Ctrl-Z, rückgängig machen. Wir markieren jetzt das Element und jetzt drücke ich die Umschalt-Taste, während ich mit der Maus klicke und verschiebe und dann bleiben die Verbindungen, wo sie gewesen sind. Und jetzt sehen wir auch die Ursache des Problems. Was hier passiert ist, ist, dass wir offensichtlich entlang der Kante des Elements zwei Eingänge miteinander verbunden hatten, was aber auf dem Schaltplan nicht zu erkennen war. Wenn ich jetzt mal das Element zurücksetze, dann kann man vielleicht ahnen, dass hier eine etwas dickere Verbindung besteht, aber es ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Das heißt, diese beiden Eingänge und damit die Ausgänge dieser beiden Gatter, das Oder-Gatter und das Und-Gatter sind an dieser Stelle fälschlich miteinander verbunden worden und das hat genau zu dieser Meldung geführt, dass wir hier zwei Gatter haben, die aufeinander treiben. Diese Verbindung müssen wir also wegnehmen, markieren mit der Maus, einmal Entfernen-Taste drücken und jetzt können wir das XOR-Gatter an seine ursprüngliche Stelle zurückschieben. Damit ist dieser Schaltplan korrigiert. Prima. Um wieder auf die höhere Hierarchie-Ebene zu kommen, drücken wir CTRL und TAB und sind wieder auf der obersten Ebene angekommen. Und jetzt denke ich, können wir unsere Schaltung simulieren und hoffentlich erfolgreich im Oszillogramm darstellen. Wir schalten also die Schaltung ein. Die Schaltung läuft. Wir sehen, dass hier unten der Takt läuft. Aber jetzt haben wir hier oben offensichtlich ein Problem. Wir sehen, dass nichts am Ausgang passiert. Ich kann jetzt mal ein bisschen an X1 und X2 herumschalten. Wir hatten ja im letzten Video gesehen, dass sich offensichtlich dann Änderungen an dem Ausgang Q ergibt, indem wir eine LED blinken oder zumindest statisch leuchten sehen. Das ist hier nicht der Fall. Hier oben steht ein Fragezeichen drin in dem Q. Das bedeutet, dass offensichtlich der Logikpegel an dieser Leitung gar nicht bekannt ist. Wenn Sie mal auf diese Leitung gehen hier, dann steht hier Verbindung. Es besteht keine Verbindung. Wie kriege ich diese Meldung? Leitung anklicken mit der linken Maustaste und dann sehe ich den Wahrheitswert und hier steht, dass kein Wahrheitswert vorhanden ist, während überall hier an den Leitungen Busbreite und der zugehörige Wahrheitswert erkennbar sind. Wir haben also offensichtlich ein Problem mit dieser Leitung hier. Das ist auch ein Phänomen, was relativ häufig auftritt in Logic Circuit und auch nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Ich zeige Ihnen einen Hinweis, wie Sie diesen Fehler finden können. Gehen Sie auf Simulation stoppen. Wir haben die Simulation gestoppt und solche Fehler, dass der Logikwert nicht zu erkennen ist auf einer Leitung, liegt häufig daran, dass die Leitung gar nicht korrekt angeschlossen ist, weil nämlich ein Anschluss der betreffenden Leitung irgendwo hinter Bauelementen verborgen ist, aber gar nicht an dem jeweiligen Pin verbunden ist. Das können Sie häufig finden, indem Sie auf den Punkt Bearbeiten gehen, offene Verbindungen auswählen. Offene Verbindungen auswählen, das zeigt Ihnen jetzt alle Verbindungen, die nicht korrekt verdrahtet sind. Und wenn Sie jetzt mal ein bisschen genauer reinschauen, ich zoome hier mal ran, dann stellen Sie fest, dass hier Eingänge und Ausgänge dieser Schaltung zwar hinter das Schaltplanelement gezogen worden sind, aber nicht mit diesen schwarzen Anschlusspunkten in Verbindung stehen. Das müssen wir korrigieren. Wir nehmen also mal diese Leitung hier, ziehen den Anschlusspunkt hier rüber auf den schwarzen Anflusspunkt des Schaltplan-Symbols, auch hier. Und wenn wir jetzt nochmal offene Verbindungen auswählen, bearbeiten, offene Verbindungen auswählen, dann haben wir hier keine mehr. Das heißt, jetzt sind alle logischen Signale korrekt verbunden. Dann können wir es nochmal versuchen mit der Simulation. Schaltplan, einschalten, ausschalten. Sie sehen jetzt, dass diese LED schwarz wird. Vorher war sie rein grau. Wenn sie rein grau ist, bedeutet sie hatte einen unbekannten Logikpegel. Jetzt ist der Logikpegel bekannt und null. Jetzt können wir mit den Eingängen und Ausgängen spielen. X1, X2, die LED blinkt korrekt und damit haben wir die Schaltung erfolgreich debugged. Was Sie machen können während einer laufenden Simulation ist, auch in die Hierarchien abzutauchen. Die Hierarchien haben Sie zum einen in Projektbaum auf der linken Seite dargestellt. Sie können also hier reingehen und sehen dann das Schaltnetz auf der Ebene unter unserer Hauptebene. Und wenn Sie jetzt eine einzelne Leitung mal antasten, dann sehen Sie, welche Logikwerte dort gerade anliegen. Sie sehen auch die dynamische Änderung. Das heißt, dieser Wert hier, der wechselt dynamisch von 1 auf 0, während der Takt läuft. Und so können Sie Ihre Schaltung auf den unteren Ebenen auch debuggen. Zurück mit Control-Tab bzw. TB-Schaltnetz hier oben anklicken auf dieser Ebene. Sie können die Hierarchien auch durchlaufen, indem Sie hier im Schaltplan klicken und hier oben wieder zurückgehen. Das war es für diese Übung. Experimentieren Sie ein bisschen und sagen Sie mir per E-Mail oder Chat Bescheid, wenn Sie Unterstützung bei der Anwendung von Logic Circuit brauchen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.